Der Trottel im roten Umhang war Geschichte. Jetzt musste Skorpion herausfinden, wie er hierher kam. Bis jetzt waren nur der Zauberer Quan Chi und der gefallene Gott der Ältesten, Shinnok, in der Lage gewesen, ihn zu beschwören. Skorpion erhielt seine Antwort durch Trigon, der ihn beschuldigte, von Trigons Dämonenarmee desertiert zu sein und ihm den Ruhm des Sieges über den Hohen Rat gestohlen zu haben. Die beiden trafen in einem titanenhaften Kampf aufeinander. Skorpion blieb siegreich und erlangte so die Kontrolle über Trigons Invasionsarmee. Schon bald würde er über dieses merkwürdige Land herrschen.